können, sollen jetzt also weitere Asylbewerber vom Balkan zurückgeschickt werden. Zurück in den Kosovo zum Beispiel, der dafür als ein sicheres Herkunftsland eingestuft werden muss. Aber ist er das? Korruption, Mafia, das Land versinkt im Verbrechen. 40 Prozent Arbeitslosigkeit Zukunft? Welche Zukunft? Und in genau diese Hoffnungslosigkeit stößt nun auch noch die Terrormiliz Islamischer Staat vor. Direkt vor unserer Tür. Eine Reportage von Arndt Genzel. Vor seiner Ausreise nach Syrien war Valded Gashi aus Baden-Württemberg ein talentierter Sportler. Zweimal gewann er den Welt- und Europameistertitel im Kickboxen. Im Januar schloss sich der damals 28-Jährige den Kämpfern des selbsternannten Islamischen Staates an. Anfang Juli dann die Todesnachricht. Noch ist Unglaub, er wirklich ums Leben gekommen ist. Eindeutig hingegen sind die Spuren seiner Radikalisierung. Im Internet pflegte Gashi Kontakte zu extremen Islamisten, sah sich Reden radikaler Prediger vom Balkan an. Ob Gashi auch durch die Propaganda-Videos des IS beeinflusst wurde, wissen wir nicht. Zumindest aber gehörte der gebürtige Kosovare zur Zielgruppe. Wie in diesem aktuellen Propaganda-Video wirbt der IS intensiv um Kämpfer. Auch umbalkanstämmige Migranten. Wenn du kannst, lege einen Sprengsatz unter ihre Autos, in ihre Häuser. Wenn du kannst, vergifte ihr Essen oder ihr Trinken. Tötet sie, vergiftet sie, tötet sie, wo immer ihr seid. Terror-Drohungen auf Albanisch. Bewusst setzt der IS in seinen Rekrutierungsvideos auf albanische und bosnische Kämpfer, erklärt der Südosteuropa-Professor Florian Bieber. Ziel seien nicht nur die Länder des Balkans. Wichtig ist, dass die meisten von ihnen nicht Arabisch sprechen können. Das heißt, da ist diese Rekrutierung in der Sprache auf albanisch, auf bosnisch ganz entscheidend. Wenn man sie nicht direkt ansprechen kann, dann ist auch nicht die Möglichkeit, sie zu rekrutieren für derartige Ideen. Somit sind also die Rekrutierungsvideos, die auf bosnisch, auf albanisch gedreht werden, ganz entscheidend. Und natürlich richten sie sich sowohl an jene Bevölkerung albanischen oder auch slawischen Hintergrundes in den Ländern der Region selbst, wie auch in Westeuropa, wenn sie aus diesen Ländern kommt. Dass die Hass-Propaganda bis nach Deutschland strahlt, hat hierzulande der erste islamistische Anschlag mit Todesopfern gezeigt. 2011 erschoss ein Mann aus dem Kosovo in Frankfurt zwei US-Soldaten. Wir reisen ins Kosovo. Derzeit eine Hochburg der militanten Islamisten-Szene. Gemessen an der Einwohnerzahl stammen die meisten ausländischen Syrien-Kämpfer von hier. Seit Wochen fürchten Sicherheitsbehörden Anschläge. Öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt. An den Grenzen wird schärfer als sonst kontrolliert. Wie konkret die Bedrohung ist, erfahren wir während der Dreharbeiten. Terroralarm an einem zentralen Wasserwerk von Pristina. Die Ermittlungsbeamten sind angespannt. Die haben sich bewegt und danach wurden sie beobachtet. Ist da oben noch was zu sehen? Ich will meine Arbeit nicht verliehen, sagt er. Ein unglaublicher Verdacht. Pristinas Trinkwasserversorgung, so fürchten die Beamten, könnte ein mögliches Anschlagsziel gewesen sein. Nachts wurden hier mehrere Männer festgenommen. Unter den fünf Verhafteten auch Syrien-Rückkehrer. Angst und Schrecken verbreiten ist das Ziel von Terror. Ich glaube, das sind die Leute. Artan Haraccia ist Journalist. Seit Jahren berichtet er kritisch über die Islamisten-Szene in seinem Land. Inzwischen muss er um sein Leben fürchten, erzählt er uns. Nachrichten, private Nachrichten auf meinem Facebook. Dieser Person, der Luan Cruzio, sagt, diesen Hurensohn soll man enthaupten, wie ISIS macht mit den Journalisten in Syrien. Mitverantwortlich für den Hass und die Rekrutierungen seien vor allem die radikalen Imame, die ihre Botschaften auch im Netz verbreiten. Und dann siehst du all diese Videos von z.B. Imame in Kosovo oder irgendwo auf der Welt, in Bosnien oder irgendwo im Balkan oder Europa, die voller Hass sind für alle anderen Leute. Also die Vorbereitung passiert auf diese anderen Länder, z.B. in Kosovo oder Bosnien oder Albanien oder irgendwo. Und dann, wenn die bereit sind, andere auch zu töten, dann werden sie in Syrien oder im Irak geschickt. Sommer 2014. Ermittler durchkämmen Hinterhof-Moscheen und Islamisten-Treffpunkte an mehreren Orten. Es werden mutmaßliche IS-Unterstützer, ehemalige Syrien-Kämpfer und Imame verhaftet. Das Gefühl vieler junger Islamisten greift Goldagi auf, so nennt sich dieser Rapper. Vor kurzem gastiert er auch in Hannover. Er verachtet Ungläubige und lehnt die europäische Rechtsstaatsmission Eulix im Kosovo ab, der auch deutsche Beamte angehören. Sieben Millionen klickten das Video an. Es ist eben aus dieser Benachteiligung oder auch Angst und der Frustration heraus, aus dem der islamische Staat seine Möglichkeiten schöpft. Und die bietet sich im Balkan natürlich an. Das heißt, der Balkan ist ein attraktiver Rekrutierungsboden für den islamischen Staat. Wir fahren nach Katschanik. Viele Syrien-Kämpfer wurden inzwischen angeklagt. Ein Großteil kommt aus dieser Gegend. Es ist auch die Heimat des weltweit gesuchten IS-Schlechters Lavdrim Mohatschere. Seine grausamen Hinrichtungen erschütterten die Weltöffentlichkeit. Keiner weiß, ob Mohatschere noch am Leben ist. Seit einigen Monaten ist er von der Bildfläche verschwunden. Seine Rekrutierungsvideos richten sich an muslimische Albaner weltweit. Unter den 50.000 Einwohnern von Katschanik grassiert die Arbeitslosigkeit. Für die Jugend gibt es wenig zu tun. Auch ihn zog es nach Syrien. Ehemaligen Kämpfern drohen bis zu 15 Jahren Haft. Senat, Senat, so nennen wir ihn, will daher nicht identifizierbar sein. Muatschere kannte ich seit meiner Schulzeit. Bevor ich mich entschloss, nach Syrien zu gehen, traf ich ihn. Er erzählte mir und den anderen, was dort los ist. Lavdrim Mohatschere schloss sich bereits 2012 der Al-Qaida nahen Al-Nusra-Front in Syrien an. 2013 kehrte er für kurze Zeit nach Katschanik zurück, bevor er sich dem IS anschloss. Er soll einer der führenden Köpfe bei einem Verband namens Islamische Jugend gewesen sein. Ein Sammelbecken junger Islamisten. In den Reihen des Verbandes fand Mohatschere schließlich neue Kämpfer. Auch dieser Mann ließ sich darauf ein. Wir nennen ihn Ibrahim. Die fanatischen Kämpfer flößten ihm Angst ein. Er floh aus Syrien. Sie suchen den Tod um jeden Preis. Diese Leute sagen jeden Tag, ich hoffe, dass ich heute sterben werde. Gott, mach mich zum Märtyrer. Wenn sie in den Kampf ziehen, sehen sie keine Kugeln. Eigentlich sehen sie auch kein Leben. Das Dschihadisten-Netzwerk von Katschanik reicht weit. Fakt hat Einblick in kosovarische Ermittlungsakten genommen. Darin taucht auch ein Deutsch-Kosovarer aus Siegburg auf. Er soll 2012 nach Syrien gereist sein. Längst hat die deutsche Islamisten-Szene den Balkan entdeckt. Von besonderem Interesse Bosnien. Besuch eines Bonner Salafisten-Führers bei seinen Glaubensbrüdern. Bemerkenswert auch eine Spendenaktion des vom Verfassungsschutz beobachteten Hilfswerks Ansar International. Das gesammelte Geld solle dem bosnischen Dorf Gornja Maocza zugutekommen, sagt er. Dort die Leute sollen, wie soll ich sagen, sollen gläubige, frommige Leute sein. Das heißt, dieses Dorf hat einen guten Ruf, dass dort Gläubige sind. Und so sah es in Gornja Maocza kürzlich noch aus. IS-Fahnen wehen über dem Dorf, für das deutsche Islamisten Geld sammelten. Die Vision des Kalifats, der Balkan als Einfallstor nach Europa. Im Balkan ist das potenziell zumindest. Sind Kosovo, sind Albanien, sind Bosnien-Herzegowina mehrheitlich muslimische Länder. Und damit ist zumindest von der Idee her die Möglichkeit gegeben, dass diese Staaten sich dem islamischen Staat oder Kalifat anschließen würden. Auch wenn man natürlich real gesehen sich anschauen muss, dass diese Vorstellung völlig absurd ist. Längst real sind auf dem Balkan ausgefeilte Rekrutierungsstrukturen, Unterstützernetzwerke des IS und eine Islamisten-Szene mit besten Kontakten nach Deutschland. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR